Servus Leute, zurück zu Mind Magic X Legacy. So, wir sind hier im Grabmal des Grauens. Und wir schauen einfach mal weiter, was es hier noch gibt. Andererseits halt. Hm, ich habe eine Erinnerung. Eine Erinnerung zu einem Hinweis. Jetzt muss ich nochmal zurück gehen. Was bin ich? Ich weiß, irgendwo ist... Das haben wir schon gefunden. Wo sind wir denn hier drin? Grauen? Tausend? Warte mal, tausend? Das wird nicht funktionieren. Nein. Irgendwo habe ich sowas... Dass man hier das braucht. Entweder was tausend oder... Weil im Englischen heißt der Ort hier... Irgendwas der tausend Tode oder so ein... Ja. Haben wir schon. Aber egal. Brauchen wir nicht zwingend. Wir gehen lieber weiter. Wir lassen uns teleportieren. Halt, kann ich da... Das ist doch mal ein Teleporter-Rätsel auf meinem Niveau. Bewegen sich hier, Gegner. Bewegen sich hier, Gegner. Bewegen sich hier, Gegner. Ja. Violett ist Glück. Nein! Warte mal. Ernsthaft? War das nicht letztes Mal? Oder was? Lila Glück? Ich werde hier noch verrückt. Ich werde hier noch verrückt. Es sind Enemies vor. Das ist beabsichtigt. Burn, Baby, burn! Und es regnet. Hm, du wirst sowieso sterben. Jo. Das kann so geschehen. Und das ist geschehen. Kann ich das kombinieren? Tatsache. Doppelt. Ja. Dann kann ich die Zeit nutzen, um einen Schluck zu trinken. Sehr gut. Glubschi. Wie geht's dir, Glubschi? Stirb, Glubschi. Geflucht. Warum stimmst du nicht, Glubschi? Oh. Hat er doch gemacht. Oh. Ist schon zu Ende. Oh. Das hab ich ja gar nicht gesehen. Pulsierend Rot. Feuer... Resistenz. Alles auf die Magieren. Ja. Und hier ist nichts. Und hier ist nichts. 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 Hier. Okay. Wir handeln und kaufen uns mal wieder ein paar mittlere Tränke. Dann sind die erstmal wieder... Oh. Oh. Das ist... Ungewöhnlich. Nicht mal ne Falle. Plündern, plündern. So viele Tränke. Die Apothekerin hab ich jetzt gar nicht mehr nötig. Okay. Ah je. Jetzt mal ein Teleporter-Rätsel. Ach, ich komm da gar nicht mehr raus. Und ich kann den mal aktivieren. Toll. 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 Wo? Hier ist doch nichts. Ich bin wieder draußen. Ich bin wieder draußen. Ich bin wieder draußen. Oh. Flanke ist gut gesagt. Wir sind umzingelt. Einen Tod muss ich sterben. Dann lieber den mit den Dunkeledemeter. Du brauchst nen Klarheitstrank. Ich fühle mich stärker. Erstmal flüssiges Membran. Ja! Wir werden attackiert von hinterher. Oh. Mein Helots wird eine Mark. Ich bin verwirrt. Wenn die gleich auf das Feld kommen. Wird das übel für die ausgehen. Lass es regnen, Baby. Lass es regnen. Das ist natürlich schlecht. Schlecht deswegen, weil der jetzt sehr viel Schaden bekommt. Schlecht. 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 Oh, du brauchst Magie. Einen kräftigen Schluck aus der Pulle. Amphetamine. und бан主. Anschläg. Und geh aufge ied. Ja! Schlecht. Geh runter! Offen... Offen... Uh! Offen zur Kiste. Lass mich durch! Aber nur Müll. Kann ich das hier ablegen? Ach, Mist. Weg! 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 Alles klar. So. Ist das so? Tatsächlich, die Wand sah ja auch gar nicht... ...komisch aus. Der Tränke kann man immer gerne brauchen. Diese Tür scheint von anderswo gesteuert zu werden. Weg! So, wo bin ich noch nicht draufgetreten? Hier. Hm. Die Vermutung, ich muss alle Platten... ...aktivieren. ...aktivieren. Das war falsch. ...aktiviert. So... ...aktiviert. ...aktiviert. So... ...aktiviert...? ICH hasste solche Rätsel. Wohin muss ich eigentlich? Das weiß ich ja noch gar nicht mal. Das war aber, glaube ich, mehr Glück als verstanden. Okay, ein bisschen versuchte Logik. Aber gut. Geschafft. Das war ja dann doch nicht so schlimm. Dunkel Elementar erst mal. Nächster, bitte. Da ist mir so'n Trank und du kriegst einen kleinen Trank und die anderen chillen und halten die Füße still. So'n Trank und du kriegst so'n Trank und die halten erst mal die Füße still. Ach, ich brauche da kein Gewitter. Schau mal, da kommt ein Glubschi. Glubschi geht down. Oh, der dann. Komm mal zu. Genau. So, nächster bitte. Mach mal Glubschi. In the Dart. Ihr könnt ruhig critten. Ja, das kenne ich. Ja, das kenne ich. Die kriegt keine Erfahrung so. Das bedeutet, ich muss dich heilen. Zwergenaxt. Zwergenaxt. Weg. Ich glaube, für das Bestehen habe ich mir auch mal Rasten verdient. Die sind doch ziemlich weit rumgewandert. Das muss ich abspeichern. So. Hier kamen die Gegner alle her. Das ging vermutlich auf. Gruff des Großen Grauen ist Stufe 4. Wie weit geht denn das noch runter? Okay. Wie geil ist das denn? Oh. Wäre zu schön, um wahr zu sein. Ich dachte jetzt tatsächlich, ey, wir haben beides mal abgewehrt. Cool. Wir sind durch den Teleporter und nah zu entkommen. Warte. Glubschis? Was macht ihr da? Was soll das? Egal was ihr macht. Das gefällt mir nicht. Okay. Warte. Warte. Du bist ein Tank von der Bühne. Und bleib da! Und bleib da! Sehr schön! So wie es mir vorgestellt. Sehr fast genauso. So, warum sind wir durch den Teleporter? Ich glaube, da haben wir irgendeinen Schalter aktiviert. Ich weiß nicht, was genau ich mit dem Schalter bewirkt habe. Na gut, so bin ich wieder hier gelandet. Okay, dann bleibt uns eigentlich... Das sind viele Schätze. Sieht, wie sie uns riechen. Das ist ein Schattendrache, oder? Ach Gott, das ist ein Schattendrache von früher. Trotz, jetzt sollte ich mal... Ist der schon neben uns? Der kann nix. Widerstanden. Ja, vielleicht kann er ein bisschen was. Natsu ist nicht mehr betäubt. War er betäubt? Und weg! Geh runter! Mal schauen wir wieder was mit Teleportern hier. Ich glaube, hier ging ein bisschen blau. Wassermagie. Ich glaube, hier ging irgendwas hier kann ich jetzt durch deswegen, weil ich das gemacht habe. Pulsierend weiß war ich weiß nicht. Luftmagie, okay. Das geht schon wieder so. Ich habe keinen Plan, wo ich hingehe. Aua. Ich bin auf irgendwas draufgetreten. Habe aber nicht gesehen, was es bewirkt hat. Schaddi, schaddi, sage ich nur. Schaddi. Du kannst dich revanchieren. in denen du uns heilst. Ach, Verfluchte sind solche. Wir müssen nur einen Schritt näher. Keiner verwirrt. Wieder keiner verwirrt. und schaddi. Gut. Du, nimm einen Schluck. Davon auch. Und du davon. Und ich. Vom kleinen. Irgendwas hat diese, die Druckplatte bewirkt. Aber ich weiß nicht was. Werden wir es herausfinden? Vermutlich ja. Hier vielleicht noch was? Uh. Magie aufheben. Sehr gut. Halt Lähmung. War ich da unten schon? Da unten war ich schon. Durch den bin ich. Alles kommt unserem Weg. Sei bereit. What? Jawohl. Ich fühle stärker. Ja, dann brennt halt beide. Du kriegst auch ein Gewitter ab. Hey, der ist doch auch schon neben uns. Er kriegt mit Sicherheit keinen Schaden. Weil es hässliche Cheetah sind. Cheetah. 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 Dunkelmagie gegen Säuren wird wahrscheinlich nichts helfen. Wassermagie vielleicht. So, nun zu dir, Kleiner. Brennen. Blitze. Sterbe. Sterbe. Burn, Baby. Burn. Rasten. Rasten ist am. Er weckt die ist nie. Warte, dort oben könnt's... Ne, können auch. Geht durch. Ähm, zwei Platten. Platte eins. Da vorne hat sich was bewegt. Ja, okay. Soll sich nur alles bewegen. Ich sehe, wenn ich richtig gehe, wenn mich Gegner angreifen. Wo war ich denn noch nicht? Oder wo hat das jetzt... irgendwas bewirkt? Ich glaube, hier bin ich richtig. Können wir da durch. Können wir da durch? Der sinnvollste Weg ist nach vorne. Auch wenn die Schmerzen groß sind. Gibt's Schlimmeres, als dass du confused bist. Weitaus Schlimmeres. Zum Beispiel Schattenbrachen. Das Licht ist gut gegen den. Oder auch nicht. Ja, hier wurde uns aufgelauert von den Gegnern. Irgendwas muss sich hier bewegt haben. Wir werden beim nächsten Mal herausfinden, was. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.